Kohaku SunSight 52 cm, männlich, auch der ist sehr gut, hier muss ich nachschauen, ob das Sakai oder Dainichi ist, wir haben da ein paar Dainichi Kohakus mit drin, bei dem weiß ich es nicht genau, deswegen schreiben wir das auf die Internetseite mit drauf, weil die Diva sehr gut, 52 cm ist ein gutes Maß, dann kann man auch 74 cm, kann der Kaffee nicht mehr werden.